Wenn man es halt auf den ersten Blick sieht, dann denkt man nicht an Seife und dann sind viele Leute halt verwundert und das macht halt Spaß und das Staunen der Leute am Stand, wenn sie davorstehen und sagen, boah, das ist Seife? Ehrlich? Wie macht man dann das? Und auch dann dieses Nachfragen, wie man darauf kam, wie man da hinkommt oder auch die Technik halt, wie man das überhaupt so hingekriegt hat. Also ich mache es natürlich in erster Linie, weil es mir Spaß macht. Die Herstellung ist die größte Freude, weil das so kreativ ist, weil man hat halt mehrere Ebenen. Ich habe ja einmal die Farben, mit denen ich spielen kann, dann habe ich die Formen und ganz, ganz wichtig, der Duft natürlich. Ich kann verschiedene Düfte mischen und aus den drei Komponenten hat man unendlich viele Möglichkeiten, was man damit machen und anstellen kann. Also die Seife selber, die Herstellung dauert ungefähr zwei Stunden. Man hat auf der einen Seite Pflanzenfette und Öle. Dort werden die festen Fette geschmolzen und dann kommen die flüssigen Öle dazu und alles kühlt ab auf Zimmertemperatur, da ich die Seifen im Kaltrührverfahren herstelle. Dann wird eine Lauge hergestellt. Auch die kühlt dann ab auf Zimmertemperatur. Dann kommt die Lauge zu dem Fetten halt, zu den geschmolzenen und dann wird das Ganze gerührt mit einem Flurierstab, weil das halt schneller geht und dann verbindet sich das und die schemische Reaktion kommt in Gange. Und man hat dann die Konsistenz von frisch gekochtem Vanillepudding. Und in dem Stadium kommen dann Farben und Düfte hinzu. Und der Seifenleim kommt in Formen und wird dann abgedeckt und muss dann mehrere Stunden, 24 Stunden am besten ruhen, weil da nämlich der Verseifungsprozess stattfindet. Die Seife kommt dann auch in die sogenannte Gelphase und erst am nächsten Tag kann die Seife dann ausgeformt und geschnitten werden, muss dann allerdings nochmal vier bis sechs Wochen reifen und ruhen in Regalen, um halt milde zu erreichen, damit sie nicht zu alkalisch ist und auch Schaumqualität, weil sie am Anfang zu wenig schäumen würde halt und damit sie halt auch fest genug dann ist hinterher, um benutzt und halt auch verkauft werden zu können. Die Formen und Farben sind bei Seifensiedern sowas wie eine Handschrift, ein eigener Stil. Und das macht meine Seifen dann, denke ich, schon ein Stück weit einzigartig, weil selbst wenn ich was sehe und das auch machen möchte, sieht es bei mir dann doch wieder anders aus, einfach weil das halt mein eigener Stil und meine Hände sind, mit denen ich das mache. Meine Sachen sind dunkelbunt angehaucht, gehen so ein bisschen ins Fantasy-mäßige, ins Mystische oder halt auch ganz verspielt. Ich mag sowieso generell nicht so Sachen, die so normal aussehen und mag gerne ausgefallene und außergewöhnliche Sachen. Zum Sommer jetzt hatte ich zum Beispiel auch eine Cocktail-Collection, halt sommerlich, weil es sollte ja erst am Anfang nicht so richtig Sommer werden. Und dann habe ich halt sieben Seifen dann zu bestimmten Cocktails gemacht halt, die dann auch vom Farbe und vom Duft her wie Cocktails riechen, wie Cocktails aussehen, mit einem schönen Palmstempel drauf, mit Schirmchen und Flitter oben drin, wie in einem echten Cocktail. Und das ist dann mit den Cupcakes halt auch, die mache ich schon sehr lange. Und dadurch, dass die halt aber jetzt im Moment generell so ein bisschen in Mode kommen, bekommt das irgendwie auch mehr Aufmerksamkeit. Meine Cupcakes grundsätzlich auf Regalen oben stehen, weil mir auch schon mal ein Kind wirklich reingebissen hat in einen Cupcake. Der rauchte auch noch nach Schokolade, das war also wirklich sehr gemein. Und um dem halt vorzubeugen, stehen die oben. Und es sind aber ganz viele Leute, die dann auch davorstehen und sagen, ach Kuchen, ja, da wird man auch wenigstens nicht dick von. Und hier möchte ich so ein Stückchen Kuchen. Ich habe überwiegend weibliche Kunden und da sind ja aber häufig so Männer mit dran. Und ich habe so oft da diesen Spruch gehört, so, ah, wenn sie eine Seife mit Bier hätten, ha, 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 ne, die würde ich dann kaufen. Und da habe ich gedacht, so, dann gibt es jetzt eine Bierseife und die ist auch richtig gut angekommen dann tatsächlich auch, weil halt viele das als Gag dann auch gesehen haben und mitgenommen haben. Ich habe ja ein großes Fest-Sortiment und durch den Austausch mit anderen Seifensiedern entstehen immer wieder neue Ideen halt auch und neue Projekte. Es ist eigentlich wie eine Sucht, wie so ein Virus, wird unter Erkrankten auch Seifenvirus genannt. Und ich träume auch nachts von Seife. Und ich denke ja auch, ich glaube schon.